Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Kuschel und im heutigen Video zeige ich euch, wo ihr den geheimen Banner der Woche 2 in Fortnite Season 8 finden könnt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, wäre ein Like auf das Video, ein Abo auf meinen Kanal und ihr dürft natürlich gerne mein Code Kuschel im Itemshop benutzen. Vielen lieben Dank dafür! Sobald ihr eure Herausforderungen gemacht habt, müsst ihr einfach auf der Karte im Vulkan landen, also einfach nach unten im Vulkan reinfallen und hier habt ihr ja so einen Thron und links neben dem Thron einfach an die Wand gehen und dann seht ihr auch, wie der Banner dort einmal auftaucht, einfach aufnehmen und schon habt ihr den geheimen Banner für diese Woche eben aufgehoben. Nächste Woche sollte es wieder ein Battle Pass stehen und damit ein Tier abgeben. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Vielen vielen Dank fürs Gucken und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video!